Synodalität für mich heißt, einander zuzuhören und das begleitet in einem geistlichen Prozess. Synodalität für mich heißt, dass Menschen aus verschiedensten Ecken zusammenkommen und auf gleicher Augenhöhe miteinander zu einer Lösung kommen. Synodalität für mich ist zuhören, mit Menschen ins Gespräch kommen und ich glaube, dass gerade wir als Kirche den Auftrag haben, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, besonders mit den Randgruppen. Synodalität für mich ist zuhören, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, besonders mit den Randgruppen. Und ich glaube, das hat halt auch einen Grund, diese Kirche ist nicht nur für mich lebenswert, ich glaube, sie wird einfach von Jesus geliebt.